Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem zweiten Video. Zunächst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass das wirklich lange gedauert hat, bis das zweite Video jetzt endlich mal online kommt, aber ich hatte echt viel zu tun mit Abi und dann hatte ich Geburtstag und dann gab es noch so viel für Neuseeland zu erledigen, so dass ich das einfach nicht geschafft habe. Jetzt habe ich mir die Zeit genommen und jetzt möchte ich euch gerne mal mein Application Video zeigen. Und zwar hat das folgenden Hintergrund, als ich damals für diese Aufgabe stand, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich soll ein Video drehen. Ich bin daran fast verzweifelt, denn ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man Videos dreht, was in dieses Video rein soll und wie man das zusammenschneidet und schön gestaltet. Und deswegen habe ich mir auf YouTube ganz viele Videos von anderen Au-pairs angeguckt. Und das hat mir total geholfen, so dass ich am Ende dann auch ein Video hinbekommen habe. Und ja, deswegen würde ich euch gerne mein Video zeigen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Und um nochmal zu sagen, es ist auf keinen Fall perfekt. Ich würde jetzt vielleicht auch Sachen anders machen. Sprachlich ist es auch auf gar keinen Fall perfekt. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und hoffe, es gefällt euch und ich kann euch ein bisschen helfen. Hallo FutureHustFamily, mein Name ist Johanna und mit diesem Video, ich möchte mich zu Ihnen vorstellen. Ich live in Deutschland, in eine sehr kleine Stadt, called Trittau, which is not far away from Hamburg. Und das ist meine Mom. Und das ist mein Dad. Und das ist mein Dad. Und nicht vergessen, mein Junge Sister, Annalena, die immer in ihr Hausstable ist. Seit meinem 7th Birthday, ich habe meine DRIVERS LICENSE. Und ich oft drive nach Hamburg oder drive meine Sister nach der Hausstable. Ich freue mich sehr, 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 sehr. Und ich fühle mich sehr, 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 sehr. In meinem Spare-Time, ich freue mich mit meinen Freunden. Und ich liebe kitesurfing auf dem Baltic Sea. Schwimmen ist auch eine sehr, 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 sehr. Ich mache es seit fünf Jahren. New Zealand. Für schon ein paar Jahre, es ist ein großer Traum von mir, zu sein, dass ich in der Aupeil in New Zealand. Ich liebe Kinder und ich liebe es, zu spielen mit ihnen. In addition to that, es ist eine große Chance für mich zu verbessern, zu lernen, und zu lernen, die New Zealand-Way-of-Life und die New Zealand-Culture. Warum sollst du mich wählen? Ich bin ein outgoinger Mädchen und eine happy, responsable und caring Person. Die Familie spielt eine große Rolle in meinem Leben und ich würde sehr, 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 sehr viel Zeit mit dir und gerne in deinem Leben als ein Mitglied. Ich bin eine Familie und ich liebe Kinder. und deswegen möchte ich ein Aupeil und ich bin ein Aupeil. In den letzten Autumn Holidays, ich hatte eine Internation in Kindergarten. Es ist so schön, zu spielen mit den Kindern und zu hören, zu lernen. Ich arbeite mit den Kindern von drei bis sechs Jahren. Und es war eine große Erfahrung für mich. auf Halloween, die Little Monsters und ich und ich sehr, sehr viel und wir haben viel Spaß gemacht. Ich habe auch meine Cousin seitdem er ist. Er ist jetzt vier Jahre alt, und wir lieben, zu spielen zusammen, oder mit seinen Toinen. Das ist Sophie. I learn with her Math und I help her doing homework since she is in the first grade. I also care for the three girls Nele, Jette, and Lefke since they were five, three, and zero. And we love it to play on the playground or jumping on the trampoline. And it is a tradition for us, reading books together. Well, that's me. I hope I have given you some insight into my life. Thanks for watching. See you soon, and bye for now. So, ihr Lieben, das war mein Application Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Anregungen für euer Application Video geben. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen und unendlich viele Tipps geben. Wichtig ist einfach, dass ihr keine Angst habt zu reden. Ihr dürft Fehler machen. Ihr seid keine Englisch-Muttersprachler. Von daher wird das keinen stören. Und wichtig ist, dass ihr wirklich nicht still vor der Kamera sitzt und einfach nur redet. zeigt Bilder. Bewegt euch. Blendet Szenen ein, wie ihr mit Kindern spielt. All sowas. Und dann bekommt das Video so seine Lebendigkeit. Und das sind für mich so die wichtigsten Dinge, die ich daraus gelernt habe. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei eurem Videodreh. Mir hat es im Endeffekt sogar Spaß gemacht. Hätte ich gar nicht gedacht. Und aus diesem Grund bin ich überhaupt jetzt dabei, auch Videos zu drehen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Das nächste Video weiß ich noch nicht, wann das online kommt oder was das überhaupt sein wird. Entweder wird das schon meine Abreise sein und mein Flug nach Oakland. Denn es sind jetzt nur noch 18 Tage und ich bin schon mega aufgeregt. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss ihr Süßen!